Ich sage guten Morgen, heute am 21. August 2018. Es ist genau 8 Uhr morgens. Wir haben 23 Grad, keinen Wind, keine Wellen, keine Wolken. Gerade eben Sonnenaufgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann wieder und sagen bis morgen, Astermaniac.